Money Boy TV Yo 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 was ist Gucci? Es ist der elegante Boss am Bean. Money Boy, glow up dinero gang. Und ihr seht es schon, ich bin in einer Luxus Suite am Chillen. Hier in der Präsidenten Suite in einem Hotel. Das ist nichts für den Boss. Guckt mich an, die Ärmel vom T-Shirt sind aus der Leder. Bois Tatted Up Inc. In meinem Fleisch. Die auch sehr geräumig. Die Suite ist teilweise größer als so manches Büro. Und so manche Versicherungsfirma oder Anwaltskanzlei. Und für den Boss ist das nur so eine kleine Absteige. Guckt mal, das Badezimmer hat beinahe olympische Masse. Ich know, da wird der Boss sich dann auch noch eine nice Shower gönnen. sich ein bisschen auf Swaggen. Er ist jetzt schon bereits ziemlich damn swaggy. Dieser Motherfucking Boy. Guckt mal, wollt ihr zwei Money Boys sehen? Rücken und Rücken. Money Boy Two Times. So, man könnte hier echt eine lange Wanderung machen durch dieses Zimmer. Ich bin schon ein bisschen außer Atem. Man kann hier einiges erforschen. Yo. I love Kush. Turn up man. Und ja genau. Ich hab hier dann einen Aufdruck gleich. Ich hitte dann den Club. Jetzt wird noch hier abgechillt. Dann ziehe ich mich um. Lege ein bisschen die Go-Chains um meinen Neck. Gottverdammt. Und dann geht es in den Club. Dann turn ich dort richtig ab. Bis dahin betreibe ich mir hier ein bisschen die Zeit. Der Boy ist den Monster Fitness Drink am Sippen. Ich liebe diesen Healthy Life Style. Gucci Bandana. Stupid Crazy Colors. Mal taucht der Boy auf mit diesem Gucci Bandana. Mal mit deinem anderen Mal. Ist das von Fendi mal von für Givenchy. Jo. Und natürlich die Spielwiese. Das ist Where the Magic Happens. Yeah. Turn it all up mit mir. Ihr wisst es ist am runter gehen. It's going down. Money Boy. The Hustle King. Yeah. The Baby Boss. Glow Up Dinero Gang. Cheer.